...die diese Runde erledigen wollten, durchgeführt haben. Und zudem wurden ja unsere einfachen Straßen in der Piccadilly Champagne ausgebaut. Und unsere Kanonengießerei ist fertig. Die Gebäudeübersicht erweist sich jetzt als nützlich, da sie in ihrem wachsenden Reich über viele Gebäude verfügen. Die Übersicht befindet sich unten im Bild. Das ist das Icon mit dem normalen Haus, so ein bisschen Straße und sowas ähnliches wie in der Kirche drauf. Die Gebäudeübersicht zeigt die Typen und Standorte ihrer Gebäude an. Wenn Sie auf die Gebäude klicken, erfahren Sie, wie sie verbessert werden können. Diese Übersicht zeigt die Verbesserungskette für das gewählte Gebäude an. Sie können mit den Pfeilen oben in der Übersicht ebenfalls durch die verschiedenen Regionen blättern und die Gebäude in der jeweiligen Region ansehen. Auf diese Art und Weise erfahren Sie schnell, welche Gebäude in ihrem Reich verbessert werden können. Und wir haben nun auch die nächste Aufgabe. Wir sollen eine 6-Fünder-Fuß-Atlerie in unserer Atlerie-Kanonengießerei produzieren für 750 Gold. Um eine Einheit zu rekrutieren, wählen Sie erst Paris und dann das Rekrutierungstab an. Wählen Sie jetzt per Linksklick die Kanoneneinheit aus. Die Einheit erscheint dann. Um Informationen über eine spezielle Einheit zu erfahren, bewegen Sie entweder die Maus über die Einheitenkarte, damit Sie eine Kurzübersicht erhalten, oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Einheitenkarte, um das dazugehörige Informationsfenster aufzurufen. Ja, wie gesagt, wenn wir hier links klicken, fügen wir sie hier hinzu zum Bautab. Und wenn wir auf Einheiten in der Bauliste klicken mit der linken Taste, dann entfernen wir diese wieder. Aber wir sollen ja die Fußatlerie bauen, also lasse ich sie gleich in der Liste. Und beende die Runde, denn eine Runde Bauzeit. Und wir haben auch einen Hauch von Kartätschen erfüllt. Die Revolution. Eine Zeit der Veränderung und eine großartige Gelegenheit für Napoleon. Soziale Positionen zählten nichts mehr. Mit ausreichenden Ambitionen konnte ein Mann alles erreichen. Und Napoleon hatte große Ambitionen. Aber er musste auch großes Leid erfahren, denn sein Vater war gestorben. Aber jetzt hatte Napoleon wieder ein Schicksal, das er beeinflussen konnte. Begeben Sie sich mit Napoleon nach Dijon. Und die nächste Mission. Wir sollen eine Mosketenmanufaktur produzieren in Dijon für 750. Um den Bau der Mosketenmanufaktur zu beginnen, wählen Sie erst Dijon und dann das Bautab an. In Dijon gibt es bereits einen Büchsenmacher, den wir ausbauen sollen zu einer Mosketenmanufaktur. Das kostet 3000 und bringt uns ein bisschen Unzufriedenheit, da die Unterklasse die Industrialisierung nicht ganz so sehr mag, weil sie dafür natürlich ein bisschen unfreiwillig in Sklavenarbeit schuften muss, reduziert die Produktionskosten für die Infanterie in der Provinz. Und wir haben halt eine Stufe Rekrutierungskapazität für Einheiten in der Region. Und wie man hier auch sieht, im Stadtbild ist jetzt die Büchsmacherei umzäunt, während sie zwei Runden lang ausgebaut wird. Die Arbeiter in Paris streiken. Ignorieren Sie sie vorerst. Diese Leute sind dafür berüchtigt, Ärger zu machen und werden schon bald wieder ihre Arbeit aufnehmen. Um den Wohlstand ihrer Nation zu steigern, sollten sie die Städte und Bauernhöfe in Frankreich ausbauen. Dann kümmern wir uns erstmal um die Bauernhöfe. Dann kümmern wir uns erstmal um die Bauernhöfe. Bauchstraße. Bauernhof. Da wird schon ausgebaut. Wo können wir noch Schönes ausbauen, erkennt man in der Regel auch daran, dass wir halt so schönen Bauzeichen haben. Hier könnten wir auch eine Kanonengießerei bauen, aber es bringt uns nicht viel. Wir könnten Kopfstandpflasterstraße bauen. Da wir ja gesehen haben, Straßenbau bringt uns Geld in die Kasse, bauen wir überall mal ein bisschen die Straßen aus. Und haben jetzt kein Geld mehr. Und wir haben einen Arbeiteraufstand in Frankreich, also in Paris, weil wir natürlich nicht darauf geachtet haben, dass unsere Arbeiter unzufrieden sind. Und wir haben für 1000 Gold die Aufgabe, die Ordnung in Frankreich wiederherzustellen. In Paris herrscht Aufruhe. Deswegen ist es ja keine Ahlbum. Bei undemorgen. Einer hat Spaß. In Paris, noch meine drei bisseg pl pine, zwei kdo produceraten. Und nun mit meinem Ahl.